Nur ausgewählte Zutaten kommen in die Backwaren von Elif Yilmaz. Die Konditorin zaubert in ihrer Fabrik Torten und Kuchen, die auch im Einzelhandel verkauft werden. Dabei hat sie auch die Lebensmittelsicherheit ihrer Backwaren im Blick. Aber wie wird eigentlich sichergestellt, dass wir bedenkenlos alle Lebensmittel essen können? In Deutschland und der EU sind Lebensmittelproduzenten für die Sicherheit ihrer Lebensmittel verantwortlich. Deshalb dokumentieren Konditorin Yilmaz und ihr Team die Herkunft und den Produktionsort ihrer Zutaten ganz genau. Dazu sind sie, wie alle Beteiligten der Lebensmittelkette, gesetzlich verpflichtet. Nur so lassen sich Probleme wie Verschmutzungen oder Ungeziefer zur Quelle zurückverfolgen und schnellstmöglich aus dem Verkehr ziehen. Und die Genauigkeit lohnt sich, denn Herr Stich und Frau Probe von der örtlichen Lebensmittelüberwachung sind im Haus. Sie kontrollieren die Dokumentation der Zutaten und nehmen Proben des Gebäcks, die später im Labor untersucht werden. Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist überall dort unterwegs, wo Lebensmittel hergestellt oder verkauft werden. Vom Weiderind bis zum Restaurant. Vom Kirschbaum bis zum Tortenteller. Verantwortlich dafür sind die Bundesländer. Bis zu eine Million Mal im Jahr werden diese Betriebskontrollen von Landkreisen und kreisfreien Städten durchgeführt. Aber nicht alle Lebensmittel in Deutschland werden vor dem Verzehr kontrolliert. Vor allem Betriebe, die schon mit Verstößen und Falschinformationen aufgefallen sind, werden öfter kontrolliert, auch unangemeldet. Im Extremfall können sie sogar geschlossen werden. Aber auch auffällige Lebensmittel im Einzelhandel werden schnell vom Markt genommen und die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber informiert. Unterstützt werden die Bundesländer durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kurz BVL. Gemeinsam erarbeiten sie Überwachungsprogramme und entwickeln diese weiter. Und auch zur Europäischen Union ist das BVL die Schnittstelle. Somit sorgt das BVL dafür, dass wichtige Informationen und Warnmeldungen ausgetauscht werden. In Krisenfällen ist das BVL eine Informationsdrehscheibe. Es unterstützt mit seinem Lagezentrum sowohl die Länder als auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der Krisenbewältigung. So wird dafür gesorgt, dass nur gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel bei Verbraucherinnen und Verbrauchern landen. Sie können sich also sicher fühlen beim Griff ins Supermarktregal und bei Frau Jelmers Torten. We PurplefL. Weieve��이 am werkstragregal und bei Frau Jelmers Welt ungefähr wiederum. Vielen Dank.